Eine Ära ist zu Ende, der Mega-Deal des Jahres perfekt Cristiano Ronaldo verlässt Champions-League-Sieger Real Madrid nach neun Jahren und schließt sich dem italienischen Meister Juventus an. Dies teilte Real am Dienstagnachmittag offiziell mit. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Club, bei den Fans und dieser Stadt. Aber ich denke, es ist an der Zeit, einen neuen Abschnitt in meinem Leben zu beginnen. Deshalb habe ich den Club gebeten, dem Transfer zuzustimmen. Ich bitte alle, vor allem unsere Fans, um Verständnis, sagte Ronaldo. Juve bestätigte den Transfer am Abend und verriet dabei auch die konkrete Ablösesumme. Insgesamt 112 Millionen Euro überweist Juventus demnach für den 33-Jährigen. Die Summe setzt sich zusammen aus 100 Millionen Gebühr an Real und noch einmal 12 Millionen als Solidaritätsbeitrags gemäß den FIFA-Bestimmungen und Nebengebühren. Twitter.com//Juventus//Status//1016727220151377922 Ronaldo erhält einen Vierjahresvertrag bei der alten Dame, der ihm nach Angaben der Gazeta dello Sport und Aspo Saison 30 Millionen Euro netto einbringen soll. Ronaldo mit Kedira und Kahn bei Juve in Turin trifft der Ausnahmekönner auf die deutschen Nationalspieler Sami Kedira und Emre Kahn. Mit Kedira hatte er bereits von 2010 bis 2015 zusammengespielt. Das ist ein besonderer Tag für Juventus. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir zusammen zu spielen, schrieb Kedira auf Twitter. Tony Kroos verabschiedete seinen Kollegen als wahren Champion und Legende. Twitter.com//TonyKroos//Status//1016727564432310273 Ronaldo war 2009 für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro von Manchester United nach Madrid gewechselt. Dort gewann er 16 Trophäen, unter anderem zwei spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel. Der Portugiese erzielte in 438 Spielen im weißen Trikot 450 Tore. Real bedankte sich in einer Mitteilung bei einem Spieler, der gezeigt hat, dass er der Beste der Welt ist und eine der brillantesten Phasen in der Geschichte des Klubs und im Weltfußball geprägt hat. Ronaldo werde immer eines unserer großen Symbole und eine einzigartige Referenz für die kommenden Generationen sein. CR7 deutete Real Abschied im Mai an der Superstar hatte seinen Abschied bereits nach dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool am 26. Mai angedeutet. Es sei sehr schön gewesen, für Real zu spielen, lauteten seine Worte. Allerdings ruderte er tags darauf zurück bis zur nächsten Saison, sagte er den Anhängern des spanischen Rekordmeisters bei der Titelfeier im Estadio Santiago Bernaboy. Während der Weltmeisterschaft in Russland intensivierte sich aber sein Kontakt zu Juventus-Boss Andrea Agnelli und so entschloss sich Ronaldo nach dem Achtelfinal aus mit den Portugiesen gegen Uruguay 1 zu 2 endgültig für einen Neustart. Die Zeit bei Real Madrid, die Zeit in dieser Stadt, war wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens. Ich habe viel darüber nachgedacht, betonte er, Juve-Fans feiern Ronaldo nach Traumtor. Nelly hatte dem Vernehmen nach schon im April die Möglichkeit auf eine Verpflichtung abgeklopft. Ronaldo war damals nach seinem Traumfall Rückziehertor im Viertelfinale der Champions League gegen Juve von den Turiner Fans gefeiert worden. Das werde ich nicht vergessen, sagte er nach jenem Spiel sichtlich berührt. Diese Wertschätzung erhielt er bei Real nicht immer. Probleme mit Real-Boss Peresov pfiffen ihn die eigenen Fans im Bernaboy aus, wenn er das Tor verfehlte. Zum endgültigen Bruch dürfte aber sein schwieriges Verhältnis zu Vereinspräsident Florentino Perez geführt haben. Dieser soll Ronaldo in der Rückrunde angeblich untersagt haben, ihn in die Gehaltsregion seines ewigen Widersachers Lionel Messi zu hieven. Ronaldo verdiente mit 21 Millionen Euro netto rund 14 weniger als der Stürmer des FC Barcelona. Außerdem kursierten immer wieder Gerüchte, wonach Peres gerne einen neuen, jungen, galaktischen, verpflichten würde. PSG-Star Neymar wurde von der spanischen Presse immer wieder als möglicher Ronaldo-Erbe betitelt. Eine Majestätsbeleidigung für den fünfmaligen Weltfußballer, der speziell in der Rückrunde mehrfach in Interviews betonte, sich auch mit 33 noch für den Weltbesten zu halten, lesen Sie auch. Ronaldos Abschiedsbrief im Wortlaut Kedira feiert Ronaldo Wechsel. Untertitelung des ZDF, 2020